Darüber müssen wir sprechen. Burkhard Dregger ist bei mir im Studio von der CDU, Mitglied des Abgeordnetenhauses hier in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Dregger. Guten Morgen. Also, mehr Gewalt, mehr Raubdelikte, häufigere Körperverletzungen. Eigentlich an allen Seiten sind die Delikte gestiegen. Wie erklären Sie sich das? Viel zu tun in Berlin. Das wussten wir auch vorher. Es kommt darauf an, das jetzt richtig einzuordnen. Zum einen ist die Zahl der Straftaten um 3,2% gestiegen, aber die Einwohnerzahl ebenfalls. Das heißt, pro Einwohner hat sich die Kriminalität nicht verändert. Dennoch ist das kein zufriedenstellender Punkt. Schön ist, wenn man etwas Schönes sagen darf, dann ist es schön, dass die Aufklärungsquote etwas besser geworden ist. Aber noch unzureichend, 45,4%. Wir wollen auf jeden Fall über 50% kommen. Insofern ist der Weg noch weit, aber die Tendenz ist in die richtige Richtung. Was will das Land Berlin denn jetzt tun, um diese Statistik wieder ein bisschen einzufangen? Wir als Koalition von CDU und SPD haben uns einen klaren Plan vorgenommen, was wir ändern wollen. Insbesondere bei den gesetzlichen Befugnissen der Polizei. Wir haben bereits eingeführt, den Einsatz von Bodycamps auch in Wohnungen gegen den Widerstand grüner, linker und auch Datenschützer. Weil wir einen Anstieg der häuslichen Gewalt haben. Die Gewaltphänomene finden häufig in Familien und in Partnerschaften statt. Und wir erlauben den Einsatz der Bodycamps, damit diese präventive Wirkung haben kann, aber auch bei der Aufklärung helfen kann. Ein Mittel. Anderes Mittel ist steigende Zahl von Messerstraftaten, auch in Berlin. Wir schaffen jetzt die gesetzlichen Grundlagen, um Messerverbotszonen einzuführen, um Messer auch einzusammeln und deutlich zu machen, man trägt nicht Messer in der Öffentlichkeit. Zu dieser Statistik, zu den Messern, gibt es da eigentlich eine Erklärung, woran das liegt, warum Messer als Tatwaffe immer beliebter werden? Es ist offenbar ein Phänomen, dass immer mehr, insbesondere auch Jugendliche, mit Messern durch die Öffentlichkeit laufen. Es ist mir völlig unerklärlich, weil das völlig sinnlos ist und nur Ärger macht, auch für diejenigen, die die Messer tragen. Wir müssen aber das ernst nehmen. Und deswegen kommt es uns darauf an, so wie die Bundespolizei das bereits in ihrem Bereich macht, auch als Landespolizei Messerverbotszonen einzurichten, an den neuralgischen Orten, um dort dann auch mal deutlich zu machen, hier trägt man keine Messer, die werden eingesammelt. Es kommt auch weiteres hinzu. Wir haben uns vorgenommen, die Videoaufklärung in den Kriminalitätsschwerpunkten einzuführen. Gerade da, wo die meisten Straftaten stattfinden, über die wir ja hier in der Statistik reden, wollen wir durch Videoaufklärung erstens abschrecken und zweitens bessere Aufklärungsmöglichkeiten begründen, um die Zahlen auch runterzukriegen. Das ist etwas, was wir gesetzgeberisch in diesem Jahr bewegen wollen. Und wir werden das bewegen. Nun gibt es auch noch eine Zahl, über die man nachdenken muss. In Bayern zum Beispiel begegnen Menschen ohne deutschen Pass fast 40% der Straftaten. In Berlin ist auch diese Zahl um 6%-Punkte gestiegen. Wie muss die Politik jetzt damit umgehen? Tja, das ist keine schöne Zahl. In der Tat ein überverhältnismäßiger Anteil von Ausländerkriminalität. Und polizeilich muss jede Kriminalität gleich bekämpft werden. Aber wir müssen sehr deutlich machen, dass wir auch ausländerrechtliche Maßnahmen ergreifen müssen. Das heißt, Ausweisungen und Abschiebungen durchsetzen müssen. Insbesondere gegen diejenigen, die wiederholt als Straftäter auftauchen. Hat auch Frau Faeser gesagt, die müssen abgeschoben werden. Aber ganz ehrlich, das ist ja jetzt tatsächlich schon das Problem, dass schon geplante Abschiebungen schon jetzt nicht wirklich funktionieren, so wie sie eigentlich sollten. Ja, wir sind aber gar nicht so schlecht in Berlin. Da darf ich das mal darauf hinweisen. Wir sind momentan auf Platz 4 bei den Abschiebezahlen, bundesweit. Und wenn Sie es auf die Einwohnerzahl der Bundesländer unterrechnen, sind wir sogar auf Platz 1. Und wir haben aber noch sehr viel Luft nach oben. Und wir haben einen klaren Plan, wie wir die Zahlen nach oben bringen werden. Nun hat jetzt auch noch ein Vorschlag von Frau Wagenknecht die Runde gemacht. Die möchte jetzt tatsächlich einen Innenministergipfel im Kanzleramt zu diesem Thema. Finden Sie das sinnvoll? Ich habe nichts dagegen, wenn die Innenminister sich unterhalten. Das tun die ja sowieso. Die machen ja Innenministerkonferenzen. Das ist auch sehr wichtig, damit das abgestimmte Verfahren stattfinden kann. Und ob das nun im Kanzleramt angesiedelt werden sollte, ist mir relativ egal, weil das Kanzleramt da keinen Einfluss hat. Entscheidend ist, dass wir auch auf die Fachleute hören, auf die Polizeien hören und deren Empfehlungen folgen. Deswegen bin ich auch zurückhaltend, polizeitaktische Empfehlungen zu geben. Das soll doch die Polizei selbst machen. Manchmal sind Politiker der Auffassung, sie sind die schlaueren Polizisten. Und das ist natürlich Blödsinn. Wir haben den gesetzlichen Rahmen zu schaffen. Wir haben die Mittel, personell und materiell zur Verfügung zu stellen. Und dann hat die Polizei den Auftrag, die beste Taktik zu wählen, um die Zahlen zu verbessern. Und ich bin ganz sicher, das wird uns auch in den nächsten drei Jahren gelingen. Das wollen wir hoffen. Burkhard Dregger, danke schön für das Gespräch. Danke schön. 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 Danke schön.